Ja, moin Leute. Willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkarfts. So, heute tatsächlich der letzte Teil von den He-111-Piloten, die mit der V1 unter der Tragfläche Richtung England geflogen sind und die Waffe dann, oder dieses Waffensystem, diese Vergeltungswaffe, die V1, ausgeklingt haben und die ist dann Richtung England, London, wo auch immerhin weitergeflogen. Ich fand, das war auch, jetzt waren drei Teile, der Dreiteiler war auch, finde ich, wieder eine spannende Geschichte, weil Luftwaffe, sage ich immer gerne wieder, ist nicht so mein Steckenpferd. Interessant, was die da so erlebt haben. Und auch, welchen Opfergang diese Männer hinter sich haben. Wie viele Leute da nicht zurückgekommen sind. Und wenn die Flugzeuge abgestürzt sind, dann über, ich sage mal, der Nordsee oder Ärmelkanal oder wo auch immer, dann war es auch in der Regel vorbei. Ja, tragisch natürlich alles. Krieg ist sowieso ganz, ganz furchtbar und viele Leute sind halt nicht zurückgekommen. Das ist nun mal dabei. Nochmal ein Riesenlang an den Frank nach Kanada. Da, der hat uns nämlich diese, ja, die Papiere dafür übermittelt. Da hatten wir uns noch mehr geschickt. Da kommen wir aber nochmal zu, wenn es soweit ist. Wenn ihr euch fragt, was Frank in Kanada so treibt, das ist auch sehr interessant. Das habe ich in die Videobeschreibung mal gemacht. Da habe ich ein paar Links reingepackt, wenn ihr mal wissen wollt, was der Frank da so treibt als Deutscher in Kanada. Sehr interessant, kann ich nur empfehlen, da mal reinzugucken. Und vielleicht hat der eine oder andere auch Lust, auszuwandern. Man weiß es ja nicht. Wem es hier nicht mehr gefällt in unserem Land, der geht vielleicht woanders hin. Müsst ihr alle selber wissen. So, genug gesabbelt für das Intro. Jetzt der letzte Teil. He-111 mit der V1 gegen London. Und ich denke mal, das war von der Luftwaffensicht wieder interessant. Wir werden sicherlich noch mehr Luftwaffenthemen haben. Ich habe auch schon wieder ein Jagdfliegertagebuch hier bei mir liegen. Das kommt aber erst in ein paar Wochen. Für heute bleiben wir erstmal noch bei den Bombern. Los geht's. So, nochmal kurz, bevor wir loslegen mit der Geschichte zur Einordnung. Also das sind hier ganz normale Standardinformationen von dem Fieseler FI-103. Also wir reden natürlich hier von der V1. Das hatte ich ja schon im Intro gesagt. Und ich möchte einfach nochmal ganz kurz ein paar Eckdaten noch dazugeben. Also die F, nein, wir nennen es die V1. Also die V1 war tatsächlich ein Marschflugkörper, wurde als Wunderwaffe, ich sag mal, adressiert und sollte als Vergeltungswaffe gegen England eingesetzt werden. Tarnahme FZG 76, also Flak-Zielgerät 76 und das war im Frühjahr 44 einsatzbereit. Wenn wir die Zahlen mal anschauen, also die nackten Zahlen wurden von Juni 44 bis März 45 circa 12.000 dieser V1 verschossen. Verschiedene Ziele hatten wir dort, London natürlich, auch der Hafen von Antwerpen und so weiter. 5,30 Meter war die Spannweite und hatte eine Startmasse von 2.165 Kilogramm. Wir hatten eine Reichweite zwischen 257 und 286 Kilometer und die Treffergenauigkeit war unter aller Kanone. Da reden wir nämlich einen Umkreis von 12 Kilometer. Die Sprengladung, man sagt ja immer, war ungefähr wie eine 1 Tonnen Bombe, also eine 1000 Kilo Bombe. Aber tatsächlich hatte sie nur 847 Kilo Sprengstoff an Bord. So, als Zusatz würde ich jetzt noch kurz anführen wollen, dass ungefähr 1600 V1 von den Heikel-Heinkel-Bombern gestartet worden sind, also von der He-111 H-22. Das sollte erstmal zur V1 reichen. Dann gehen wir jetzt nochmal an den Bomber, an die HE-111. Ja, die Heikel-He-111, das war ein Flugzeug, das schon 1935 hergestellt wurde und bis 1944 im Einsatz war. Ja, dann gehen wir nochmal so ein paar Größen durch, also ein paar Kenngrößen durch, also 5 Mann Besatzung. Fast 17 Meter lang, Spannweite über 22 Meter. Höchstgeschwindigkeit, die variiert natürlich zwischen 390 und 435 Kilometern pro Stunde. Ja, und es gibt natürlich auch hier unheimlich viele verschiedene Baumuster von den V1 bis V5, dann AB. Und also, es hört gar nicht mehr auf, für uns eigentlich nur wichtig ist nachher am Ende des Tages die H-Version, also die Hotel-Version 16, 20 und 22, weil das waren die, die die V1-Lenkflugkörper schleppen bzw. mitnehmen konnten unter der Tragfläche und dann auch verschießen konnten. Aber eigentlich waren diese Flugzeuge für den Tagesbetrieb schon zu alt und konnten gegen die feindlichen Jäger nichts mehr ausrichten, deswegen wurden die in der Regel Nacht, in Nachteinsätzen tatsächlich an die Front geschickt. Das nochmal zur Heikel-He-111. Haben unsere Vorflieger oft ungewollt für ein munteres Stelldichein der Moskitos gesorgt. Dieser Zeitpunkt ist dann auch die gefährlichste Phase des Einsatzes. Nachdem das Bordradar eines Nachtjägers zuvor einmal unsere Ortung durch ein nervendes Sägegeräusch angezeigt hat und wir nur mit Glück durch Andrücken auf fast Wellenhöhe einen Beschuss entgangen sind, habe ich ab sofort den Betrieb aller Funkgeräte für meine Besatzung während des Angriffes verboten. Eine eigenmächtige Entscheidung, die aber sicherlich mit zu unserem Überleben beigetragen hat. Dass wir mit dem Abschalten auch die größte Risikoquelle, das erwähnte FUG 25a, unbewusst blockiert haben, gehörte wohl in die Rubrik Wunder oder Intuition. Eine weitere Eigenmächtigkeit in Übereinkunft mit der Besatzung ist der Verzicht auf Erkennungssignale jeglicher Art. Schlechte Erfahrungen mit ihren eigentlich geforderten Anwendungen haben uns gelehrt, dass diese Signale wie Blinkleuchten am Flugzeug, Signalraketen mit täglich wechselnder Erkennung unter anderem zu negativen Aktionen führten. Statt den Beschuss auf uns zu vermeiden, haben sie unsere eigene Flak, insbesondere die Marineflak, häufig zur verstärkten Anstrengung animiert. Auf diese Gefährdung wollen wir gerne verzichten. Unsere Einsätze richten sich weiterhin gegen London. Alle Versuche, uns durch einen vorübergehenden Zielwechsel, den gefährlichen Trichter-Themse-Bündung zu entsparen, werden von Hitler abgeschmettert. Er ist auf London fixiert. London, London, London. So laufen unsere Angriffe taktisch wie bisher ab. Es werden jedoch immer mehr Schlechtwetterlagen bevorzugt. Die Wetterprognosen entsprechen leider nicht immer den tatsächlich angetroffenen Verhältnissen. Unsere Meteorologen haben es schwer. Wichtige Meldungen aus weiter westlich gelegenen Stationen sind kaum mehr verfügbar. Überraschungen sind daher manchmal die Folge. Die Anforderungen an unsere Besatzung nehmen zu, auch körperlich. Für die Flüge über See wird die Ausrüstung erweitert. Unter der Uniform wird jetzt ein Schaumschutzanzug gegen Unterkühlung im Falle einer Notwasserum getragen. Über der Uniform und der Schwimmweste soll zusätzlich ein Einmannschlauchboot zur Sicherheit beitragen. Und dann gibt es natürlich noch den Fallschirm. Unsere Bewegungsfähigkeit ist dementsprechend eingeschränkt. Später werde ich mich fragen, ob wir mit der gut gemeinten Versorgung den im Wasser Schwimmenden wirklich einen Gefallen getan haben. Da es keine Überlebenden gibt, bleibt die Frage unbeantwortet. Am 5. Oktober starte ich von Aalhorn aus zu einem Feinflug, den wir nicht vergessen werden. Das Wetter am Platz ist mittelprächtig. Die Wolkenuntergrenze liegt bei 200 Meter. Gestartet wird in 5 Minuten Abstand. Wir stehen auf der letzten Position. Unser Vordermann ist kaum gestartet, als in der Dunkelheit in Startrichtung ein gewaltiger Feuerwall aufsteigt. Das untrügliche Zeichen für einen Aufschlagbrand. Bei der Besichtigung der Unglücksstelle am nächsten Morgen stelle ich fest, dass die Maschine eine ca. 150 Meter lange Schneise in den Niederwald geschlagen hat und völlig ausgebrannt ist. Offensichtlich hat der Pilot, ein junger Unteroffizier auf seinem ersten Feinflug, Schwierigkeiten mit der schwer beladenen Maschine bekommen und nicht die erforderliche Höhe über Grund erreicht. Ob es technische Probleme gegeben hat, lässt sich nicht mehr feststellen. Auch erfahrene Piloten sind erleichtert, wenn sie ihre durch das FZG ausermittlich belasteten Flugzeuge sicher in die Luft gebracht haben. Unser Start verzögert sich erheblich und muss das Abbrennen des Treibstoffes abwarten, endlich erfolgt die Startfreigabe. Im gewohnten Tiefflug fliegen wir unseren Ablaufpunkt, das Funk- und Leuchtfeuer Zander, bei Zandvoort an der hollischen Küste an. Eine Gefahr durch Nachtjäger scheint heute kaum zu bestehen, das Wetter ist so, dass sogar die Vögel zu Fuß gehen. Mit dem Überflug beginnt unser Anflug zum errechneten Abwurfpunkt. Der ebenfalls errechnete Kurs ist in die Kurssteuerung eingegeben. Der Beobachter startet ein mechanisches Zählwerk, das von der eingestellten vierstelligen Zahl bis 0 rückwärts laufend die zu fliegende Wegstrecke misst. Auch diese Strecke ist von unseren Lok-Offizieren unter Berücksichtigung aller beeinflussenden Faktoren errechnet und in die eingestellte Zahl umgesetzt worden. Angetrieben wird das Zählwerk durch einen kleinen, im Luftstrom der fliegenden Maschine eingebrauten Propeller, also das Lok. Nach dem Küstenüberflug gehen wir in den Tiefflug und fliegen in maximal 30 Meter Höhe über See. Sicher ist sicher, auch wenn wir nicht mit Moskitos rechnen. Das Flugzeug ist leicht schwanzlastig getrimmt, um im Augenblick einer Unaufmerksamkeit die Nase sofort hochnehmen zu lassen und eine tödliche Wasserberührung zu verhindern. Unsere langsame He-111 legt ja immerhin noch in einer Sekunde ca. 100 Meter zurück. Ein elektrischer Höhenmesser, das FUG-101, ist ein unerlässliches Hilfsmittel. Das Auge ist über Wasser und zudem bei Nacht überfordert. Um den Moskitos zu entgehen, gehe ich im Extremfall auch schon mal auf 10 Meter runter, gehe damit schon volles Risiko. Meine Devise, wer am tiefsten fliegt, lebt am längsten. Schließt natürlich die Gefahr einer Wasserberührung nicht aus. Aber für einen Weg muss man sich entscheiden. Wir wissen inzwischen aus Erfahrung, dass die britischen Moskitopiloten mit ihren fast doppelt so schnellen Maschinen sich scheuen, uns in diese Bereiche zu folgen. Mehrere Verluste durch Wasserberührung haben sie vorsichtig gemacht. Hier ist die langsame He-111 endlich mal im Vorteil. Das Fliegen unter der 30 Meter Höhe hat sich weiterhin als notwendig erwiesen, denn die Wolkenuntergrenze ist inzwischen auf ca. 300 Meter gestiegen und steigt weiter an. Mit Nachtjägern ist nun doch zu rechnen. Eine gespannte Aufmerksamkeit herrscht ohnehin an Bord, als wir plötzlich von Steuerbord unter Flackbeschuss genommen werden. Die aufsteigenden Perlenketten der Leuchtspurgeschosse liegen entschieden zu kurz. Die Kanoniere sind anscheinend genauso von unserem Auftauchen überrascht, wie wir von der Existenz der Flackkreuzer. Der Feuerzauber erhält jedoch begünstigt durch die niedrige Wolkendecke den Himmel, ausreichend, um vor uns in ca. 400 Meter Entfernung einen Fesselbelang zu erkennen, der eingezogen an Bord eines Schiffes befestigt ist. Ein Mordschreck fährt mir durch die Glieder. Bevor ich erstarre, haue ich instinktiv die Kurssteuerung raus und reiße die Maschine in eine steile Linkskurve, soweit die behäbige H111 es zulässt. Mein erster Gedanke, nichts wie weg. Aber dann reagiere ich erstaunlich kalt und gehe schulmäßig in eine 360 Grad Blindflugkurve, um annähernd auf meinen alten Kurs zurückzukommen. Die 180 Sekunden für den Vollkreis, zugzüglich einiger Sekunden für die Schrecksekunden, rechne ich Pi mal Daumen meiner Restflugzeit hinzu und setze meinen unterbrochenen Anflug fort. Nicht mehr ganz exakt, aber besser als nichts. Der Fesselballon und ein verstärkter Feuerzauber der leichten Flack lassen wir ohne Schäden rechts liegen. Den Weiterflug können wir bei erhöhter Aufmerksamkeit ohne Überraschung zurücklegen. Beim Erreichen der Lokzahl 50 gibt mir der Beobachter das Zeichen zum Anstieg auf die 500 Meter Abflughöhe. Der Zeitverlust für das Fesselballonabenteuer wird einkalkuliert. Ich bringe die Motoren auf Kampfleistung und gehe in den Steigflug über. Die gefährlichste Phase des Einsatzes beginnt. Bei Erreichen der Lokzahl 10 plus Zeitverlust gehe ich in den Horizontalflug über. Der Bordschütze hat das Schubrohr des FZG gezündet. Ein viele Meter langer Feuerstrahl erhält unsere Maschine und die Wolken des Nachthimmels. Der Feuerschein muss über zig Kilometer sichtbar sein. In den Moskitos werden die Piloten jetzt Vollgas geben und im Anflug sein. Nach der 10 Sekunden langen Warmlaufzeit ist der Augenblick endlich gekommen, das Gerät auf die Reise zu schicken. Die angedrückte Maschine gibt dem FZG eine stark erhöhte Geschwindigkeit mit, bevor der Abwurf erfolgt. Der enteilende Feuerstrahl bleibt noch lange sichtbar, aber für derartige Betrachtung ist keine Zeit. Die Nachtjäger dürften bald eintreffen. In einem steilen Abschwung geht es mit erhöhter Geschwindigkeit zurück auf die Tiefflughöhe und auf Heimatkurs. Für den Gegner sind wir wegen unseres Angriffes und Flugtaktik die Low-High-Low, also Low-High-Low-Flieger. Im Tiefflugh anfliegen, hochziehen zum Start FZG und Abwurf, im Tiefflugh wieder schnell Stents verschwinden. Sie haben es angeblich schwer uns zu erwischen. Aber wenn sie uns entdeckt haben, sollen unsere He-111 mit wenigen Feuerstößen leicht abzuschießen sein. Bei der geballten Feuerkraft ist das auch kein Wunder. Bislang hat erst eine Besatzung einen Moskitoangriff, wenn auch mit Toten an Bord, überlebt. Diese Gedanken sind jedoch ausgeschaltet. Der Rückflug fordert volle Konzentration. Das Wetter hat sich wieder verschlechtert. Die Wolkenuntergrenze 150 Meter. Starke Windböen erschweren einen extremen Tiefflug. Es ist ratsam, einen größeren Sicherheitsabstand einzuhalten. Die Nachtjäger, falls sie uns verfolgt haben, müssen mit ihren schnelleren Maschinen ebenfalls ihre Schwierigkeiten haben. Ich bin immer wieder erstaunt, dass selbst in dunklen Nächten ein Restlicht die Wasserfläche erkennen lässt. Besonders bei aufgewühlter See wie jetzt. Wir müssen ca. 5 Kilometer vor der Hornländischen Küste sein, als voraus am Himmel Leuchtspurketten auszumachen sind. Beim Erreichen der Westerschelde, unserem Einflugpunkt, erkennen wir massiertes Flackfeuer, das aber nicht auf uns gerichtet ist. Zu unserem Entsetzen sehen wir im seitlichen Abstand von höchstens 1000 Meter innerhalb einer Minute zwei Feuerkugeln in der Luft. Ein Zeichen für explodierende Flugzeuge. Es kann sich nur um Maschinen unserer Gruppe handeln. Die Marine Flack hat wieder einmal ganze Arbeit geleistet. Wutentbrannt jagen meine Bordschützen aus ihren MG's einen Gurt in Richtung des feuernden Geschützes. Ihr Zorn ist nur zu verständlich. Obwohl unsere Flüge über einen Marine-Verbindungsoffizier angemeldet werden, kommt es immer wieder zu diesen Vorkommnissen. Es wird auf alle Flugzeuge geschossen. Die Luftwaffe ist anscheinend nicht mehr vorhanden. Der Weiterflug zum Heimathorst wird immer schwieriger. Der Wind muss auf Sturmstärke zugenommen haben. Vor allem die Windrichtung stimmt schon lange nicht mehr. Unsere Funkverbindungen sind, wie kann es anders sein, höchstens mittelmäßig. Zum Glück habe ich unseren Nachrichtenoffizier als ausgezeichneten Funke an Bord, der wenigstens einige brauchbare Peilungen reinholen kann. Mit viel Routine gelingt ein nicht gerade schulmäßiger Schlechtwetteranflug auf Pfarrelbusch. Über Sprechfunk erhält Delfin 93 Landeerlaubnis, wie erwartet ohne die häufige Warnung in Jan am Gartenzaun. Auf dem Gefechtsstand erfahren wir nach unserer Meldung zurück vom Feindflug, dass erst einige Landungen in Pfarrelbusch und auf den anderen Staffelplätzen gemeldet worden seien. Zunehmend gehen Landemeldungen von fremden Plätzen ein, sodass ich erst am Morgen meinen Klarstandsmeldebericht für das OKL abschließen kann. Eine Maschine muss als Totalschaden abgeschrieben werden, deren Besatzung nach Ausfall der Funkgeräte mit Ostkurs immer weiter geflogen und nach Verbrauch des Treibstoffes die Maschine mit dem Fallschirm verlassen hat. So haben sie sich erst in der Gegend von Brandenburg dem Erdboden wieder wohlbehalten genähert. Mit dem Ziel London gehen unsere Einsätze unter hohen Verlusten weiter. Der tausendste Feindflug unserer dritten Gruppe Kampfgeschwader 3 steht bevor. Ein Ereignis, das nicht übergangen werden soll. Kriegsberichterstatter erscheinen zu diesem Anlass und fertigen offizielle Erinnerungsfotos von dem dekorativen Schild mit Zahl 1000 und deren Besatzung, die für den tausendsten Feindflug ausgewählt worden ist. Fairerweise ist einer der erfahrensten Besatzungen diese Ehrung zugedacht. Wieder einmal bewahrheitet sich der Aberglaube, dass man sich nicht vor einem Einsatz fotografieren lassen sollte, auf fatale Weise. Ausgerechnet diese Besatzung und mit dir ein guter Freund von mir kehren von diesem Einsatz nicht zurück. Das schreckliche Wort weggeblieben fällt immer häufiger und die Frage nach einem Einsatz lautet weniger ob als wer. Vor Überraschung gleich welcher Art ist man bei uns nie sicher, aber die, die uns jetzt heimsucht, ist uns von ganz oben zugedacht. Hitler hat den Wunsch oder den Befehl geäußert, dass für ihn ein umfassender Film über die Tätigkeit der dritten Gruppe Kampfgeschwader 3 herzustellen sei. Selbstverständlich in der Einordnung strengstens geheim. Und angeblich in nur einer Ausfertigung für ihn persönlich. So werden wir nun ständig von Kriegsberichterstattern mit ihren Filmtrupps unter Leitung des Leutnants Graf von Haarpunkt beobachtet. Für den Film ist die Länge von einer Stunde gefordert. Meine Mitwirkung beschränkt sich glücklicherweise auf einige Starts mit meiner 5K CD in der Abenddämmerung. Authentischere Nachtstarts seien nicht so informativ zu filmen. Die Mitnahme des Kriegsberichters auf einen tatsächlichen Feindflug bleibt mir erspart. Eine weitere Neuigkeit außer der Beförderung des Kommandeurs zum Major ist von Bedeutung. Unsere Gruppe bekommt Unterstützung. Das Kampfgeschwader 53 verlegt nach Schulung durch unsere Lehr- und Erprobungskommandos Karls Hagen mit Stab und 2. Gruppe auf die Plätze zwischen Ahrn, Wittmund und Jever, um ebenfalls FZG-Einsätze gegen England zu fliegen. Diese Maßnahme hat zur Folge, dass unsere 3. Gruppe Kampfgeschwader 3 als 1. Gruppe Kampfgeschwader 53 dem Geschwader unterstellt wird. Außer der nun schon 2. Umbenennung und der Notwendigkeit, unsere Maschinen mit der neuen Geschwader-Kennzeichnung A1 usw. und der neuen Staffelkennung zu beschriften, ändert sich wenig. Wir führen unsere Angriffe wie bisher weiter. Die britische Nachtjagd wird immer aktiver und ihre häufige Anwesenheit bei Start und Landung fällt nicht nur lästig auf. Besonders zurückkehrende Maschinen kommen in große Schwierigkeiten, wenn plötzlich die Platzbefeuerung abgeschaltet werden muss. Unfälle sind vorprogrammiert. Nach abgehorchten Erfolgsmeldungen sind durch die 25., 68., 125., 409. und die 456. Mosquito Squadrons mindestens 15 weitere HE-111 mit FZG-76 über der Nordsee abgeschossen worden. Die Verweildauer der Besatzung sind erschreckend. Allein die 2. Gruppe verliert Anfang November 4 Staffelkapitäne, darunter 3 Ritterkreuzträger. Anfang Dezember wird das Geschwader durch die 3. Gruppe mit Plätzen in Nordschleswig verstärkt. Das Kampfgeschwader 53 ist damit auf seine Sollstärke aufgefüllt, aber was nutzt das, wenn wegen Benzinmangels nur ein Teil der zur Verfügung stehenden Flugzeuge eingesetzt werden darf? Es wundert auch nicht, als unsere Gruppe in den Raum Nordschleswig verlegt wird. Weitere Anflugwege und weniger Benzin lassen wohl nicht auf größere Aktivitäten schließen. Es lässt sich nicht verheimlichen, die Luft ist raus. Aber das Geschwader tritt noch einmal an. Mit 50 Maschinen soll die Industriestadt Manchester in Mittelengland angegriffen werden. Zustimmung und Erleichterung bei der Truppe, dass es nicht wieder gegen London geht. Der gewählte Zeitpunkt stößt allerdings auf Unverständnis und Ablehnung. Es soll ausgerechnet am 24. Dezember dem Heiligen Abend geflogen werden. Bei allen im Krieg erfahrenen Härten haben unsere Soldaten ein Gefühl für Anstand bewahrt. Müssen wir uns so ins Unrecht setzen oder haben wir das nötig, wird unter Kameraden gefragt. Aber Befehl bleibt Befehl. Dass das Gesamtunternehmen ohne Verluste für uns abläuft, wird mit Genugtuung aufgenommen. Ob das Ergebnis nur ein FZG erreicht Manchester als Misserfolg gewertet worden wäre, bleibt offen. Wie stets erfährt die Truppe nichts über die Trefferlage. Das Unternehmen Manchester hat ohne die A1CB stattgefunden, da für mich von wo auch immer ein generelles Startverbot für Feindflüge verfügt worden ist. Ohne Begründung, selbst der Kommandeur weiß es nicht. Am 10. Januar 1945 macht eine unglaubliche Nachricht die Runde. Meiner Besatzung wird von oben ein 3-wöchiger Skiurlaub im Kampfliegerholungsheim in Kitzbühel verordnet. Leider hat diese Nachricht den Fehler, dass der Flugzeugführer nicht zu den Begünstigten gehört. Für den gäbe es etwas anderes. Meine Besatzung, die mit 35 Feindflügen die meisten FZG-Einsätze im Geschwader aufweist bzw. überlebt hat, bildet seitdem in Russlandkämpfen eine verschworene Gemeinschaft, die, was wir noch nicht wissen, nie wieder zusammenfinden wird. Zu viele Veränderungen stehen bevor. Auf mein wiederholtes Drängen hat der Kommandeur mich endlich von der Position des Gruppen-TO abgelöst. Die aufreibende Tätigkeit und die zusätzlichen, wenn auch freiwilligen Einsätze haben zu viel Substanz gefordert. In einem Brief von meinen Eltern lese ich noch heute, dass ich meiner Meinung nach mit 20 bzw. 21 Jahren zu früh an verantwortungsvolle Aufgaben herangeführt worden bin. Dass ich es aber auch als Auszeichnung gesehen habe, muss ich ehrlicherweise zugeben. Meine neue Tätigkeit, die der Kommandeur mir zugedacht hat, soll mich wieder aufbauen. Und so finde ich mich als Führer unserer Schleswiger Staffel wieder bei weiterhin bestehender Flugverbotsansage. Zu meiner Unterstützung hat man mir sechs Staffeloffiziere mitgegeben, sodass ich mich etwas zurücklehnen kann. Meine Staffel und das erforderliche technische Personal befinden sich in Bereitschaft für den Fall eines FZG-Einsatzes. Bei der anhaltenden Treibstoffknappheit ist das wohl recht unwahrscheinlich. Also verbringen wir die Zeit bei überflüssigem Unterricht und mit infanteristischer Ausbildung. Die Wahrscheinlichkeit, diese erworbenen Kenntnisse anwenden zu müssen, nimmt bald für viele Flieger zu. Am 22. Januar 1945 wird für das ganze Geschwader der FZG-Einsatz endgültig gestoppt, unter anderem mit der Begründung, dass unsere Einsätze zu verlustreich seien. Das geschieht zu einer Zeit, in der der aussichtslose Krieg noch Hunderttausenden das Leben kosten wird. So ist es dann auch keine Überraschung, als Ende März die Auflösung des Geschwaders erfolgt. Es geht den Weg fast aller Kampfgeschwader Luftwaffe, der bereits vor Jahren schon begonnen hat. Es beginnen die Versetzungen unserer qualifizierten Soldaten, ob zu den Luftwaffenfelddivisionen, ob zur Verteidigung Berlins im Erdeinsatz, ob zur Eisenbahnflag oder zu den Feldjägern, den Kettenhunden. Hier werden hochdekorierte Dienstgrade bevorzugt genommen und für Piloten zu einer fliegerischen Verwendung bei neuen Nachtschlachtverbänden, die mit der BÜ 181 und noch älteren Schulmaschinen im Osten operieren. Das Ganze ist ein Szenario, vor dem man die Augen verschließen möchte, aber die Wirklichkeit ist grausam. Als ich nach Abschluss meiner deprimierenden Aufgabe von Schleswig zur Gruppe nach Leck zurückkehre, ist der Kameradenkreis der alten dritten Gruppe Kampfgeschwader 3 schon nicht mehr vorhanden. Kaum noch ein vertrautes Gesicht begegnet mir. Für mich liegt der Versetzungsbefehl zum Kampfgeschwader 76, dem ersten Düsenbombergeschwader der Welt, vor, das mit Teilen bereits mit der Arado 234 im Einsatz ist. Die Klassifizierung meines neuen Verbandes, in ihm die nur ausgesuchte Könner der letzten Kampffliegerelite, ist wahrscheinlich eine sehr gute Empfehlung. Am 10. April komme ich gerade rechtzeitig in Burg, dem Standort der zweiten Gruppe Kampfgeschwader 76 an, um den Untergang dieser Gruppe mitzuerleben. Ca. 200 B-17 Bomber der 8. US Army Air Force leisten ganze Arbeit. Abwehr keine. Viele Jahrzehnte später entdecke ich bei einem Besuch des Udvar HC Museums bei Washington die letzte noch existierende Arado 234. Mein Interesse, doch nochmal eine unzerstörte 234 zu Gesicht zu bekommen, ist wohl so groß, dass das Aufsichtspersonal auf mich aufmerksam wird. Wir kommen ins Gespräch. Schließlich wird der Direktor des Museums hinzugeholt. Er stellt sich vor als ehemaliger Oberstleutnant der 8. US Army Air Force vor. Unser Gespräch geht jetzt in Details, unter anderem erwähne ich den Ort Burg. Mein Gesprächspartner reagiert wie elektrisiert. Fragt noch einmal zurück, ob das Burg bei Magdeburg gemeint sei, denn dort habe er als Angehöriger einer B-17 Ausbildungsgruppe seine ersten scharfen Bomben auf den Flugplatz werfen dürfen. Denn es gab ja keine Abwehr. Meine Zugehörigkeit zum Kampfgeschwader 76 beschränkt sich auf stetiges Ausweichen vor den alliierten Truppen, bis ich mich am Tag der Kapitulation im künftigen Internierungsgebiet zwischen Aida und Kaiser Wilhelmkanal wiederfinde. Mit den traurigen Resten der deutschen Luftwaffe befinde ich mich in bester Gesellschaft. Dem Tage meiner Entlassung aus der Internierung im September 1945 sehe ich mit gemischten Gefühlen entgegen. Die Drohungen des Senders Daventry liegen ja erst ein knappes Jahr zurück. Meine Vernehmung durch einen Abwehroffizier der Royal Army ist jedoch nach 10 Minuten beendet. Der junge aus Berlin stammende Offizier hat sich zwar mit den Eintragungen im Sollbuch befasst und den Vermerk 35 Sondereinsätze mit FZG 76 gegen England bestimmt nicht übersehen. Haben unsere Sondereinsätze beim Gegner so wenig Eindruck gemacht? Betont lässig wird mir das Sollbuch zurückgegeben und mit im besten Deutsch verkündetem Sie können gehen, bin ich entlassen. Noch ein Nachwort. Ein entscheidender Abschnitt, der uns alle für das weitere Leben geprägt hat, ging zu Ende. Die Erinnerung an viele Freunde und Kameraden, die das Höchste ihr Leben gegeben haben, ist immer noch gegenwärtig. Sie haben geglaubt, für eine gute Sache zu kämpfen und haben gehofft, das drohende Unheil von unserem Land doch noch abwenden zu können. Über 400 vermisste Kameraden haben ihr Grab der Nordsee gefunden. In nicht einem einzigen Fall konnte bis heute ihr Schicksal geklärt werden. Diese Ungewissheit ist auch heute noch schwer zu ertragen. Die Erinnerung an Sieg 3, 2 Jahren. Die Erinnerung an Sieg 3, 2 Jahren. In der Regel. youtube.com